Die Schießprüfung ist bestanden, wenn erstens beim Büxenschießen auf die Rehbock-Scheibe mindestens 40 Ringe, zweitens beim Büxenschießen auf die flüchtige Überläufer-Scheibe mindestens zwei Treffer in den Ringen erzielt werden und drittens beim Flintenschießen mindestens drei Wurftauben oder fünf Kipphasen getroffen worden sind. Alles klar? Das dürfte kein Problem sein. Sollte es auch nicht. Das Gewehr ist schlecht eingeschossen. Das schießt ja, wohin es will. Nicht zittern, zählen. Zwei Versuche haben sie ja noch. So, Schwarzkittel, jetzt bist du fällig. Thiel privat. Ja, das ist wieder typisch. Der ruft immer an, wenn es am wenigsten passt. Will ich kurz rangehen? Das wäre nett. Sagt sie, ich ruf ihn später zurück. Ja, ich bin's, Leila. Ich habe anscheinend doch einen Stick von Offergeld bekommen, wo was drauf ist. Irgendwas medizinisches. Das müssen Sie sich anschauen, Herr Börne. Das hat auf jeden Fall nichts mit Tierfutter zu tun. Ich habe Frank nicht erreicht. Er ist ja mit seinen Leuten im Museum und... Rühren Sie sich nicht vom Fleck. Ich gebe ihm Bescheid. Er kommt sofort. Wo ist er, Börne? Scheiße. Endlich! Wer sind Sie denn? Wir können sofort los, Dr. Stütze. Nur noch eine Stelle Kontrolle. Ich habe gehört, dass ein treuwütiger Köter im Revier wildert. Und wir wollen doch Ihren Zehenänder nicht vor die Hunde gehen lassen, oder? Nein, das wäre nicht gerade lustig. Besser, Sie suchen noch ein bisschen. Bis gleich. Danke. Ich habe keine Chance, meine Kleine. Lass mich los, du Schlampe! Hilfe! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los!